Seit Donnerstag bin ich wieder aus der Quarantäne raus. Ich bin hier im Raum Köln unter Quarantäne gesetzt worden seit dem 1.3.2020 wegen des Coronavirus. Und da möchte ich einfach mal berichten, wie so meine Erfahrungen mit unserem Gesundheitsamt waren, die Kontakte und so weiter. Es soll nicht darum jetzt gehen, wie man jetzt irgendwie so als Mensch seinen Tag in einer Quarantäne abhält, sondern wie so eben der Kontakt dahin war. Und das soll eben nicht nur ein Rant sein, sondern einfach mal vielleicht ein paar Verbesserungsvorschläge, die ich dann auch hatte, sollen dann am Ende vielleicht kommen. Ja, ich wurde von meiner Arbeit am Sonntagabend darüber informiert, dass ich am Montag nicht mehr kommen soll und dass ich noch am selben Tag, nämlich am Sonntag, darüber informiert werde, dass ich quasi unter Quarantäne stehe, beziehungsweise eben weitere Informationen vom Gesundheitsamt erhalten werde. Hier hat sich meine Arbeitsstelle tatsächlich sehr vorbildlich verhalten. Sie haben auch Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufgenommen. Aber wir waren Kontakt mit, also wir waren elf Leute. Also eine Person bei uns in der Firma ist eben erkrankt. Und alle, die wir elf waren, die mit ihr zu tun hatten, sind eben auch unter Quarantäne gesetzt worden. Ja, das Gesundheitsamt hat sich das erste Mal bei mir am Dienstag gemeldet. Also nicht am Sonntag, nicht am Montag, sondern am Dienstag. Bei einer anderen Kollegin sogar erst am Donnerstag. Die Dame am Gesundheitsamt, im Kontrolltelefonat quasi, war doch auch sehr überrascht, dass ich noch nicht informiert wurde, dass ich unter Quarantäne stehe. Also abseits von der Arbeitsstelle. Und hatte mir dann dementsprechend auch einige Auflagen gegeben. Auflagen waren maximal zwei Meter, nicht maximal, minimal zwei Meter von Menschen Abstand nehmen. Mittlerweile kennt das ja auch jeder. Ich hätte spazieren gehen dürfen, soll das aber möglichst dort machen, wo eben keine Menschen sind. Ich hätte auch einkaufen dürfen, sollte das aber möglichst so tun, dass ich nicht zu Stoßzeiten gehe. Ja, natürlich wurde ich dann auch aufgefordert, meine Körpertemperatur zu messen. Ich sollte Symptome nennen, gegebenenfalls Symptome nennen, kurze Atmigkeit, Fieber etc. Und diese Anrufe würden eben jeden Tag folgen. Hier wurde mir dann gesagt, naja, bis zum einschließlich Zehnten sei ich in Quarantäne. Das würde bedeuten, ich glaube, der Dienstag war das dann. Und das wäre dann, am Mittwoch dürfte ich dann wieder rausgehen. Kontrollanrufe kamen dann auch tatsächlich jeden Tag, manchmal früher, manchmal etwas später. Später bedeutet jetzt, naja, vielleicht 14 Uhr. Früher bedeutet 7 Uhr. Also 7.30 Uhr ungefähr gefühlt. Am Samstag, als dort der Kontrollanruf folgte, wurde mir dann auch mitgeteilt, dass sich die Quarantäne-Vorschriften für mich verändern werden. Und zwar dürfte ich nicht mehr rausgehen, ich dürfte quasi nicht mehr spazieren gehen, ich dürfte auch auf keinen Fall einkaufen gehen. Und das gilt dann ab Punkt jetzt, also ab Zeitpunkt der Mitteilung. Und ich fragte auch hier wieder erneut nach, wie jeden Tag fragte, ob ich das auch schriftlich bekommen dürfte. Weil gegebenenfalls muss ich das irgendwo mal nachweisen. Also, dass es mindestens eine schriftliche Aufforderung gibt, ja, Dennis Deutschkehmer steht unter Quarantäne. Und es ist nicht nur eine unterdrückte Nummer, die mir das mitteilt, oder eben auch nicht nur mein Chef, der das dann sagte, dass ich unter Quarantäne stehe. Ich habe diese Regeln ja auch wirklich alle eingehalten. Aber irgendwie so ein Schriftstück wäre ganz cool gewesen. Hat tatsächlich aus Köln hier niemand bekommen. Also von uns Elfen, die in Köln waren oder unter Quarantäne standen, hat das niemand bekommen. In der Stadt Leverkusen hat das funktioniert. In der Stadt Bonn hat das gut funktioniert. Da ist das nach zwei Tagen dieses Schriftstück eingegangen. Ebenso standen da eben Maßnahmen drauf. Standen aber auch Maßnahmen darauf, wie zum Beispiel mit Angehörigen umgegangen werden sollen. Denn es gibt ja vielerlei Kontakte vielleicht in einer Wohnung. Ja, so am Sonntag wurde ich auch noch mal angerufen. Mir wurden die 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 Sache noch mal bestätigt. Es wurde auch gesagt, nein, es ist einschließlich der Elfte, den ich unter Quarantäne stehe und nicht der Zehnte. Das hat sich irgendwie nicht geändert, sei aber vorher falsch kommuniziert worden. Auch die Quarantäne-Maßnahmen seien so gleich geblieben auf meine Nachfrage hin. Auch, dass ich immer noch nichts verpost bekommen habe, hatte ich gesagt etc. Um ungefähr 16 Uhr, also ich wurde am Morgen angerufen, und um ungefähr 16 Uhr am Sonntag fing dann an meine Nase zu laufen. Ich dachte dann, na gut, alles klar. Wenn ich morgen angerufen werde, dann werde ich das eben so mitteilen. Jedoch hat am Montag niemand angerufen. Und auch am Dienstag nicht mehr. Und auch am Mittwoch nicht mehr. Und am Donnerstag bin ich zur Arbeit gegangen. Ich hatte versucht, am Mittwoch durch die angegebene Hotline, beziehungsweise schon am Dienstag, Dienstagabend durch die angegebene Hotline, versucht jemanden zu erreichen. Dort wurde mir dann eine Nummer genannt, die ich am nächsten Tag, also am Mittwoch anrufen sollte. Da würde man sich dann direkt um mich kümmern, weil ich ja quasi unter Quarantäne stehe. Das ist leider nicht passiert. Beziehungsweise es ging keiner ran. Dann gab es eben eine weitere Hotline bei der Stadt Köln vom Gesundheitsamt in der FHQ, wenn man ganz, ganz weit runterscrollt, kommt man auf die Nummer des Bürgertelefons. Und die Dame hat sich erstmal mir eine angenommen und hat dann eben alles abgefragt nochmal. Hat dann gesagt, man wird sich melden. Diese Meldung blieb aus. Ich rief dann nochmal an, irgendwann am Nachmittag. Hier sagte man, nein, erst im frühesten zwei Tagen wird sich jemand melden. Hatte sich dann, weil hier war jetzt einfach, ich wollte irgendwie Gewissheit haben. Ich wollte nicht unbedingt getestet werden, aber ich wollte eine Gewissheit haben. Ja, ich darf zur Arbeit gehen und deine Nase läuft. Es ist normal, es ist Frühling draußen. Die Nase läuft dann nur mal ein bisschen. Und ja, leider gab es eben keinen Anruf. Es gab keine neuen Anweisungen, sage ich jetzt mal. Es gab auch zu meinem Arbeitgeber hin keine neuen Anweisungen vom Gesundheitsamt hin. Sodass ich am 11.3. tatsächlich dann auch wieder auf der Arbeit saß. Ob ich jetzt mal erkrankt war oder nicht, weiß ich nicht. Also kann dich niemand unterschreiben. Wer mich fragt, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Vielleicht habe ich auch ein super tolles Immunsystem, dass man sagt, weißt du mehr als ein Schnupfen hast du dafür nicht. Kann alles sein. Weiß ich aber eben nicht. Am Ende lief es für mich dann doch relativ unbefrieden. Und jetzt noch ein paar Facts, die mich dann wirklich gestört haben. Muss ich sagen. Einerseits, warum wurde er erst am Dienstag angerufen? Hier vielleicht Überlastung. Okay. Aber das viel Schlimmere ist, keine Anrufe am Montag, Dienstag und Mittwoch, also die letzten drei Tage der Quarantäne zu machen. Das fand ich persönlich doch ziemlich verantwortungslos. Weil es sind eben diese Tage, in denen dann etwas passieren kann. Also passieren von wegen, dass dann Symptome auftreten oder verstärkt auftreten. Nein, es erfolgte keinerlei Anruf, keinerlei Kontrolle, keinerlei Abfrage der Symptome etc. Selbst als ich dann in Kontakt oder versuchte in Kontakt zu treten. Auch auf die E-Mail hin vom Gesundheitsamt, die ich da auch nochmal am Mittwoch hingeschrieben hatte, meldete sich bis heute. Heute ist Dienstag. Der 17. meine ich, dritte. Und es meldet sich bis heute keiner. Weil es ja schade finde. Die nächsten Sachen sind aber, es wurde auch nicht abgefragt, lebe ich hier mit Leuten zusammen? Gut. Die kannst du auch vielleicht nicht unter Quarantäne stellen, diese Leute, mit denen ich hier zusammen lebe. Aber es wurde auch dann nicht abgefragt, okay, sie leben mit Leuten zusammen. Haben die vielleicht Beschwerden? Haben die vielleicht eine Lungenerkrankung? Leiden die vielleicht dann eben generell unter Kurzatmigkeit? Wie alt sind diese Leute? Wie weit ist der Gesundheitszustand, der reguläre Gesundheitszustand dieser Menschen, mit denen ich hier zusammen lebe? Das bedeutet für mich im Umkehrschluss, dass ich hier quasi unter Quarantäne stand und wahrscheinlich hunderte von anderen Leuten auch zum selben Zeitraum in Köln. Es dann aber quasi eine Blackbox war. Also man wusste, okay, 300 Leute sagen wir jetzt einfach mal. So 300 Leute in Köln standen unter diesem Zeitraum unter Quarantäne. Und eigentlich gab es vielleicht 1200 Leute, mit denen wir zu tun hatten, in unseren Wohnungen oder so weiter. Und das ist die Blackbox gewesen. Diese Leute hätten wir wundervoll anstecken können, sind vielleicht angesteckt worden durch die Leute in der Quarantäne, sind aber weiterhin zur Arbeit gegangen. Sind weiterhin nach draußen gegangen und hatten ein Leben gelebt, nenne ich es jetzt mal. Und konnten dadurch eben den Virus weiter verstreuen. Also das fand ich interessant bzw. krass. Ich bin eben nicht nur vom Gesundheitsamt, aber ich finde das interessant insofern, dass das nicht abgefragt wurde. Also vielleicht auf freiwilliger Basis einfach abzufragen. Möchten Sie das mitteilen? Wenn ja, dann bitte. Sondern so herrscht eben eine Blackbox da drin. Ja, dann über die Anrufe hatte ich gesprochen und so weiter. So und jetzt kann man sagen, ja okay, aber das war jetzt vielleicht alles Überlastung geschuldet. Und ich glaube schon. Also als ich am 1.3. unter Quarantäne gestellt wurde, da war das glaube ich noch alles relativ überschaubar. Und mittlerweile gibt es ja quasi einen halben Lockdown dieser Nation. Also das hat sich innerhalb von Tagen ja alles geändert in diesem Land. Und ja, ich glaube, dass diese Überlastung gar nicht vom Gesundheitsamt so hätte kommen müssen. Warum hat man das nicht über ein Formular abgefragt bzw. anders gesagt, warum hat man dafür keine App gebaut? Also eine App, die ein Formular ist im Endeffekt, wo man täglich seine Sachen eingeben kann, wo täglich die Sachen abgefragt werden, die per Telefon abgefragt werden. Wenn das eben automatisiert verarbeitet wird, anstatt telefonisch zu verarbeiten. Da war ein Callcenter dahinter, die das in eine Excel-Tabelle eingefüllt haben, die das auch im zeitlichen Verlauf sehen konnten. Das hatte man mir gesagt. Aber es erfolgt eben ein manueller Anruf. Also hier hätte eine Automatisierung irgendwie auf jeden Fall sehr viel Abhilfe geschafft. Auch hätte man mehr Informationen erfassen können, wenn man sie eben als weitergeben möchte. Welches Fieberthermometer nutzte ich? Also damit meine ich jetzt gar nicht das Modell. Sondern ist es ein Fieberthermometer, das ich im Ohr habe oder irgendwie unter der Achse? Da gibt es auch gewisse große Schwankungen da drin in der Präzision des Fiebermessens bzw. des Messens der Körpertemperatur. Lebe ich mit Menschen zusammen? Mit wie vielen Menschen? Haben diese Menschen gegebenenfalls eine Erkrankung oder gehören sie zu einer Risikogruppe? Müssen sie also quasi von mir getrennt werden? Oder muss ich von ihnen getrennt werden? Je nachdem, wie man das sehen mag. Und das gab es alles gar nicht. Auch nicht, um das Potenzial abzufangen. Okay, krass, das sind dann quasi 1200 potenzielle Leute, auf die wir uns jetzt einstellen müssen in den nächsten Tagen. Es wurde nicht abgefragt, ob ich Tiere habe. Keine Ahnung, also weiß ich nicht, ein Hund. Kannst du einfach nicht in der Wohnung lassen. Du musst rausgehen. Das wurde eben auch nicht abgefragt. Dadurch muss man ja quasi dann auch ehrlich sein und sagen, ja, ich gehe raus. Und das muss eben sein. Und ich denke mal, dafür wird auch jeder Verständnis haben. Und hier ein Formular zu machen, wo man seine Daten einfach eintippt. Wie gesagt, dieses Formular kann es als Webgeschichte geben, als auch zusätzlich als App für das Smartphone. Das gab es alles nicht. Oder das gibt es nicht. Also ich spreche vielleicht nicht, ich spreche hier so in der Vergangenheitsform. Aber das gibt es alles aktuell nicht. Also bis zu meinem letzten Tag der Quarantäne ist das alles nicht da gewesen. Und gefühlt telefonieren die Callcenter des Gesundheitsamtes sich immer noch kaputt. Und versuchen dem Herr zu werden, um das zu erfassen. Das passiert eben nicht. Ja, und dann gab es eben, das nächste ist dann, dass ich mich natürlich schon in gewisser Weise nicht, ich möchte nicht sagen, allein gelassen fühlte. Also ich wurde ja doch relativ regelmäßig angerufen. Aber irgendwie so eine extra Nummer. Eine extra Nummer, wenn Ihnen jetzt sofort Beschwerden einfallen, kurz nachdem wir hier telefoniert haben, dann ist das die Hotline, unter der Sie anrufen. Also der direkte Draht nicht zum Arzt, das meine ich gar nicht, sondern eben zu diesem Callcenter zurück, weil das war nicht möglich. Es war nur möglich, auch als jemand, der unter Quarantäne stand, nur zum Bürgertelefon anzurufen. Also es gab für die Leute, die unter Quarantäne standen, keinerlei Rückweg, seine Symptome zu melden. Was hier auch eben mit einer App bzw. Formular hätte geregelt werden können. Weil da kann man ja immer seine Daten einpflegen mit Uhrzeit und Zeitstempel, unabhängig davon, ob man angerufen wird. Ja, was ich dann auch ziemlich schade fand, war dann, es gab keinen Test am Ende. Also ich wurde jetzt quasi in die Gesellschaft entlassen, ohne dass ich persönlich Gewissheit habe, ohne dass andere Gewissheit haben, ohne dass ich vielleicht erfasst worden wäre. Ich verstehe das, und das wurde auch von Anfang an so kommuniziert, den Test gibt es innerhalb der Quarantäne nur, wenn sie Symptome zeigen. Das wurde mir so gesagt. Diese habe ich aber am Ende irgendwie auch niemanden sagen können. Also die, die mir jetzt aufgefallen sind, hatte ich auch niemanden sagen können. Und die, und am Ende gab es eben auch keinen Test. Also irgendwie der letzte Tag. Also bei mir nicht. Bei den Leuten hier in Köln gab es das nicht. Bei einer Kollegin in Leverkusen wurde am letzten Tag ein Test durchgeführt, wo sie dann 24 Stunden später circa ein Ergebnis bekam, welches zum Glück negativ ausgefallen ist. Also negativ. Sie ist nicht Corona erkrankt. Und ja, mit zu meiner laufenden Nase, das hatte sich dann innerhalb des Donnerstags dann auch irgendwann wieder gelegt. Also es kann durchaus sein, dass es, wie gesagt, der Frühling und die Pollen stehen in der Luft. Eigentlich bin ich dafür nicht irgendwie prädestiniert, aber dann saß man ja auch irgendwie anderthalb Wochen zu Hause. Und ja, und das ist irgendwie schade, dass hier zwar viele Leute dann unter Quarantäne gestellt worden sind, ich aber das für ein relativ schwaches Glied in dieser Kette halte. Ich kenne mich jetzt, wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus. Aber, also, von meiner Einschätzung her, war das jetzt so, irgendwie wurden die Informationen doch gar nicht so ernsthaft erfragt. Also ich wurde jetzt in der Quarantäne gestellt, die ich persönlich sehr ernst nehmen sollte, dass ich auch drin bleibe. Aber es fehlten Anrufe am Ende, gegebenenfalls ein Test, und ich konnte keinerlei Rückmeldung geben. Ich konnte, damit meine ich jetzt nicht, dass ich eine Pizza bestellen möchte, sondern ich konnte, sollte mir am Lauf des Tages, nach einem Anruf, nach 7 Uhr morgens, Symptome auffallen, die vielleicht erst im Laufe des Tages sehend auftreten, dann konnte ich das nicht zurückmelden. Das ging nicht. Auch für andere Fragen und so weiter gab es eben keine Rückrufnummer. Und ja, jetzt ein bisschen Vire eben da reingesprochen in die Kamera. Das ist jetzt aber so eben meine paar Gedanken dazu. Also mich ärgert das sehr und ich, meiner Vermutung, hätten wahrscheinlich auch die Anzahl derer, die jetzt infiziert sind, leider infiziert sind und vielleicht auch derer, die sterben, etwas weiter minimiert werden können, würde auf die Leute, die dann in der Quarantäne standen, gerade in der Anfangszeit, gerade in der Anfangszeit, also Ende Februar, Anfang März, hätte man da mehr erfasst und gesagt, okay, ja, ihr wohnt mit einer Familie zusammen. Ähm, und diese, die Kinder gehen raus in die Schulen, ähm, die vielleicht Ehepartner oder Partner gehen raus, ähm, in das normale Leben und stecken dann aber eigentlich Leute an, obwohl sie es selber gar nicht wissen, ähm, Türklinke angefasst und so weiter, in der eigenen Wohnung und dann auf der Arbeit, ähm, weil jemand zu Hause in der Quarantäne steht. Und eben diese Sache ist nicht erfasst worden, das war eine Blackbox, damit wurde nicht gehandelt und es wird bis heute eben nicht so gemacht. Und das finde ich sehr, sehr schade, ähm, und ich sehe das irgendwie, diese Quarantäne, beziehungsweise die, die, die Durchführung der Quarantäne doch als sehr, sehr schwaches Glied an. Und das ärgert mich jetzt, dass wir dann eben vielleicht dann doch mit, dass mittlerweile solche harten Methoden notwendig sind, um die Pandemie einzudämmen. Tja, das finde ich sehr schade.